Hallo zusammen, schön seid ihr hier dabei. Wir sind YouReports, jungen Filmteam Könitz. Und wir werden euch kurz vorstellen, was wir für eine Gruppe sind und warum wir eure Unterstützung brauchen. Wir sind eine Gruppe von etwa 10 Leuten, das wechselt immer ein bisschen. Uns verbindet das gemeinsame Interesse am Filmen. Ich bin einfach ein Grunde und das Filmen ermöglicht mir, in ganz vielen Sachen Einblicke rüberzukommen, um mit Leuten zu reden, die ich sonst vielleicht nicht reden würde. Jetzt hat YouReport ein bisschen kennengelernt. Vergesst nicht, das Video von uns zu erzählen, denn wir brauchen unbedingt eine Unterstützung!